14 Jugendliche aus der Normandie nehmen in diesem Jahr am deutsch-französischen Jugendaustausch in Goldenstedt teil. Nach der Begrüßung in der Marienschule stand für die Gäste aus den Partnergemeinden zunächst in großer Runde das gemeinsame kennenlernen auf dem Programm. Danach verteilten sich die Jugendlichen in einen Tanz- und einen Gesangsworkshop zu Adel-Tawil-Song Eine Welt, eine Heimat. Als weitere Aktionen sind unter anderem ein Fotowettbewerb und zwei Ausflüge geplant. Eine Welt, eine Heimat.